Hallo, willkommen. Jetzt kommt eine Frage aus deiner Wirtschafts- und Sozialkunde-Prüfungsvorbereitung. Das Themengebiet Ausbildungsverhältnis, Arbeitsverhältnis. Viel Spaß dabei. Okay, und hier zur Frage. Im Themengebiet Ausbildung und Arbeitsverhältnis. Wer unterliegt nicht dem Jugendarbeitsschutzgesetz? Und hier die Antwortauswahl. Ist es A. Auszubildende, die volljährig sind? Ist es B. Jugendliche, die schulpflichtig sind? Ist es C. Arbeitnehmer unter 18 Jahren in einem Arbeitsverhältnis? Oder D. Jugendliche in einem Ausbildungsverhältnis? Und hier die Lösung. Nochmals zur Frage. Wer unterliegt nicht dem Jugendarbeitsschutzgesetz? Antwort A. Auszubildende, die volljährig sind. Auszubildende, die volljährig sind, unterliegen nicht dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Ich hoffe, das Video konnte dir einen Lernerfolg bringen. Lass gerne ein Like oder Kommentar da. Abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Lernvideos verpasst. Bis bald, dein Online-Ausbilder. Bis bald, dein Online-Ausbilder.